Wir lassen für Sie jederzeit und überall Neues entstehen. Die Bau AG beschäftigt eine Reihe von Spezialisten, welche auch komplizierte Bauwerke zu ihrer vollen Zufriedenheit abwickeln. Effizient, zielgerichtet und termingerecht. Die Wurzeln der Bau AG reichen bis ins Jahr 1888 zurück. 1926 wurde der Betrieb von Hans Baumann Oetterli käuflich erworben. Unter ihm und in der Folge von seinem Sohn Hans Baumann Meier wurde die Firma stark ausgebaut und somit das Fundament des heutigen Geschäfts gelegt. In der über 120-jährigen Geschichte haben sich ein großer Erfahrungsschatz und viel Fachwissen angesammelt, welcher von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Seit 1999 wird das Unternehmen bereits in der dritten Generation von Matthias Baumann Rodriguez weitergeführt. Die Stärken der Unternehmung liegen im Graben, Leitungs-, Industrie- und Eisenbetonbau sowie in der Erstellung von öffentlichen Bauten und dem Wohnungsbau. Bau AG – Wir bauen gerne für Sie. ging an und hockey – wie 土 sie in und die ppa tested